Hey, ihr seid bei CoastCans, ihr seid bei Angie und ich habe gerade was entdeckt, nämlich einen richtig coolen Stuhl oder Stühle in den richtigen abgefahrenen Farben. Ich gehe mal kurz rum. Es gibt natürlich die Standards hier, schwarz, aber es gibt auch hier richtig coole Farben. African Style. Wahnsinnsfarben. Sieht richtig gut aus. Wow. Wow, wow, wow. Also die Farben sind unglaublich hier. Wow. Und jetzt natürlich mein Favorite. Hier, Mint und Gelb. Sieht richtig gut aus. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Ich nehme euch mal mit. Wow. Das sind Farben. Also Dopamin ist nichts dagegen. Auch der Grüne kommt richtig gut. Und jetzt gehe ich nochmal hier. So ein bisschen wie Honig. Wow. Also ich habe mich gerade hier irgendwie schockverliebt. Sieht richtig gut aus. So, und jetzt gehe ich mal auf mich. Jetzt gehe ich mal auf mich. Und sage, ja, African Style. Sieht richtig gut aus. Und ich werde euch natürlich noch unten in der Beschreibung sagen, wo ihr das bekommt. Okay, und das war erst mal Angie vom Garden Festival 2022. Und wir sehen uns gleich wieder. Muah.